Moin und herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mind-blowing-News kann ich nur sagen, freu dich auf jede Menge Sachen heute und vor allen Dingen auch wirklich coole Sachen. Coole Sachen bei Shelly. Ja, nette Sachen dann auch noch hier, wie du dann siehst bei den Bridges zum Beispiel, aber leider Gottes auch da negatives Matter-Zeug zu berichten, aber auch wirklich positives. Du siehst es schon. Ja, meine Matter-Steckdosen sind auch da und noch vieles, vieles mehr. Also sei gespannt. Ich freue mich auf ein Abo und die Glocke nicht vergessen, wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest. Es gibt nicht nur Mittwochs-News, sondern es gibt in nächster Zeit so wahnsinnig viele Reviews von Dingen, die ich dann jetzt haben werde. Das ist der reine Wahnsinn. Sei auf jeden Fall gespannt und ich freue mich, wenn du ein Abo abschließt. Ist auf jeden Fall ja kostenlos, aber nicht umsonst. Und jetzt geht's los. Wie immer beginnen wir mit Matter und heute hier mit Apple. iOS 16.4 ist ja draußen und das ermöglicht jetzt etwas, was eigentlich essentieller Bestandteil von Matter ist, nämlich Updates. Ja, normalerweise müsstest du in eine EVE-App rein oder so und dort auf Update klicken. Und Apple hat es jetzt ermöglicht, dass das eben auch out of the box funktioniert. Natürlich nur, wenn es die Firmen dann entsprechend auch unterstützen. Aber deswegen geht's von mir schon mal einen Daumen nach oben. Zumindest Apple, straight forward, was Matter-Thema betrifft. Die arbeiten da wirklich kontinuierlich dran. Es sind auch noch Dinge behoben worden, wie Matter-Thermostate. Haha, welche Thermostate? Dass die dann jetzt auch wieder reagieren. Da gab es wohl auch einen Bug etc. Also es tut sich da schon was, muss man ja definitiv sagen. Zumindest bei denen tut sich was. Ja, bei anderen kommen wir später entsprechend noch dazu. Ja, was auch was getan hat, ist definitiv hier bei meinen Matter-Plugs von Merus. Die habe ich ja schon bekommen, die ich ja vorbestellt hatte. Hatte ja vorher die US-Teile. Die hatten ja soweit auch funktioniert. Ja, klappt soweit. Seitdem ich hier die Fritzbox nutze und eben nicht mehr Unify, klappt das. Also von dem her, ich weiß noch nicht an was es liegt. Vielleicht an meiner alten USG-Firewall. Du siehst hier aber schon was. Steht nicht umsonst hier. Denn ich teste gerade noch was anderes. Wenn dich das interessiert, schreib es mal sehr gerne unten in die Kommentare. Das wird meine neue Firewall. Wird die USG ersetzen. Da ist im Moment Proxbox drauf. Und ja, da ist OpenSense drauf. Also, ja, kennst du vielleicht entsprechend, wenn du dich damit schon mal beschäftigt hast. Und ja, ich bin mal gespannt, ob dann mein IPv6-Problem mit Matter sich damit erübrigt. Weil ich natürlich auch die WLANs entsprechend konfigurieren. Alles eigentlich genauso. Bin dann echt mal gespannt. Aber ich erwarte mir hier natürlich, dass ich auch ein bisschen mehr Kontrolle habe. Vielleicht packe ich ja dann auch in Boxmox noch ein Home Assistant drauf. Mal gucken, ob die Kiste das schafft. Etc. Also, vielleicht mache ich da ja wirklich ein Video zu, wenn Interesse besteht. Dieser Plug übrigens kann natürlich auch entsprechend messen. So, aber vielleicht hattest du es ja schon mitgekriegt. Du kannst ja in Matter im Moment noch nicht entsprechend Messungen vollführen. Besser gesagt, es wird noch gar nicht angezeigt. Und dazu musst du natürlich die Merus-App benutzen. Aber damit funktioniert es auf jeden Fall. Also, immerhin. Aber trotzdem muss man ja sagen, ein Armutszeugnis, was Matter betrifft. Warten wir mal auf die nächste Version. Denn es wird ja hoffentlich bald soweit sein, dass dann Matter endlich ein neues Update erfährt. Aber du siehst, es ist noch problematisch. Es dauert natürlich alles ein bisschen länger. Und ja, deswegen komme ich jetzt auch mal zu einer kleinen schlechten News. Und die betrifft hier Philips Hue. Denn, ja, da einige Firmen leider Gottes ein bisschen länger brauchen, was Matter betrifft, soll ich jetzt da nach hinten zeigen. Ich rede da von Amazon zum Beispiel. Denn, das sage ich bald jedes Mal, Amazon hat noch keine Bridge-Funktionalität zum Beispiel. So, das heißt, was kannst du da noch nicht einbinden? Du hast es erraten, Philips Hue. Die Bridge lässt sich hier nicht einbinden. Genauso, wie sich dann hier diese von Switchboard oder was auch immer nicht einbinden lässt, weil das eben noch nicht gegeben ist, die Funktionalität. Und genau deswegen hat jetzt Philips gesagt, nee, sorry, wir verschieben jetzt das Matter-Update. Das ist ja in der Beta. Funktioniert eigentlich ganz okay im Moment. Und ja, haben auch noch keinen neuen Termin genannt. Also, das ist für mich definitiv schon mal ein Rückschritt. Die nächste Firma, die sagt, oh ja, gucken wir mal, irgendwann wird das schon was werden. Es gibt ja auch andere Firmen. Der ATD zum Beispiel, die eigentlich das Schloss angekündigt hat, schon auf der IFA. Und ja, das ist ja auch schon ein bisschen her und eigentlich hätte ich das schon haben sollen. Auch die haben gesagt, nee, ist im Moment noch nicht. Also von dem her, wirklich schlechte Zeiten. Also ich drücke mal die Däumchen, denn ich möchte eigentlich schon, dass Matter was wird. Und da wir ja eben von Plugs gesprochen haben, die gibt es natürlich auch schon von EVE. Denn die alten Plugs, die konntest du ja auf Matter entsprechend ummünzen. Habe ich ja auch gemacht gehabt. Hat soweit funktioniert. Hat ab und an mal Aussetzer hier in meinem Apple-Kosmos. Aber das ist natürlich alles noch beta. Das mag ich im Moment noch nicht überbewerten. Am 17. April kommen jetzt allerdings dann die nächsten Geräte, die du dann kaufen kannst, die dann Matter-zertifiziert sind. Darunter zum Beispiel der Dorn-Window und auch der EVE-Motion. Ja, natürlich, was Preis betrifft, sind die natürlich nicht die günstigsten. Das ist richtig, aber das war bei EVE ja schon immer so. Auf jeden Fall kannst du die dann auch demnächst hoffentlich ja in einem anderen Kosmos benutzen. Das heißt, das SmartThings oder auch Google oder was auch immer. Interessant ist allerdings, dass auch bei EVE eine Firma nicht mehr genannt wird. Und das ist die da hinten. Also schon wieder Amazon. Gibt mir langsam aber sicher zu denken, ist Amazon jetzt ausgestiegen? Ich glaube und hoffe doch nicht. Ja, man hat ja gehört, natürlich gab es eine Entlassungswelle. Das ist richtig, aber eigentlich haben sie gesagt, was Smart Home betrifft, geht es nach wie vor genauso weiter. Und das will ich doch wirklich mal stark hoffen, weil wenn Amazon nicht mit dabei ist, an Bord ist, was Meta betrifft, das ist doch schon einiges, die eben Geräte haben. Und ja, das wäre wirklich uncool. Und da bringt es auch nichts, wenn du jetzt in der Amazon App entsprechend dann jetzt tolle neue Sachen findest. Du kannst nämlich jetzt bei der Routine ja dann so Sachen wie erzählen wir mal was zu den neuen, keine Ahnung was, Superstars oder so. Oder naja, eine schöne Sache gibt es wenigstens. Den Bitcoin Kurs kannst du dir dann ansagen lassen. So ein Untergang, Aufgang. Also ja, also macht lieber mal was Ordentliches. Ich glaube, das interessiert kaum einen. Aber es gibt zumindest etwas, wo man mal wieder positive News hat. Ja, der bekleckert sich ja auch gerade nicht damit, dass hier so richtig abgeht. Aber in letzter Zeit kommen doch wirklich mal ein paar Updates. Und da ist jetzt auch wirklich ein wichtiges Update endlich mit eingeflossen. Dass jetzt ein neuer Luftgütesensor entsprechend da funktioniert, brauchen wir nicht drüber reden. Der wird ja eh noch nicht überall verkauft. Aber Dritthersteller kannst du jetzt halt einbinden. Ich glaube, ich werde das dann doch jetzt irgendwann mal demnächst testen. Es ist einfach wirklich so wahnsinnig viel, um einfach mal zu gucken, was jetzt mit diesem neuen Dirigera Hub so funktioniert. Vor allen Dingen natürlich an Drittherstellern. Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen ja doch ganz interessant und kann als Einstieg ins Smart Home dann auch gesehen werden, genommen werden, wie auch immer. Gibt übrigens auch ein neues Leuchtmittel. Du siehst es ja dahinter mir, auf was ich so stehe. Und auch da für, glaube ich, einen knappen Zehner gibt es was Neues, zeige ich dir hier. Und ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil die Dinge ja doch eigentlich immer relativ teuer sind. Und das ist eine günstige Alternative, finde ich also ganz cool. Und wenn wir dann schon bei Leuchtmittel waren, das ist Nanoleaf und Threads. Da stehe ich ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit. Warum? Weil ich eigentlich am Anfang hier gedacht hätte, hey, dieses Thread-Teil wird irgendwann ja Matter bekommen. Dem war nicht so. Aber es gibt jetzt in den USA tatsächlich die Matter-Leuchtmittel schon zu kaufen. Und zwar, wie du hier siehst, eben verschiedene Sorten. Also auch da geht es entsprechend weiter. Aber ja, man sieht schon, dass das ein oder andere natürlich kommt. Ist auch klar. Das ist ja schon Monate her, wo die eigentlich ihr Portfolio bestimmt haben, was wird produziert werden und so weiter. Ich glaube, da war auch noch nicht absehbar, dass Matters sich wirklich so weit verzögern wird. Naja, egal. So, und jetzt kommen wir mal zu Videodingen, das heißt, ja, Kamerasachen. Und wenn wir da bei HomeKit ja noch bleiben, Scribe sagt vielleicht dem einen oder anderen was, wenn du eben eine Kamera hast, die nicht HomeKit-fähig ist. Und dann kannst du eben das nutzen, um es dann entsprechend ins HomeKit einzubinden. Machen mit Sicherheit einige da draußen von euch. Und da gibt es jetzt ein kostenpflichtiges Plugin. Schaust du mal hier. Und das hat wirklich so einiges zu bieten. Also vielleicht ist das ja tatsächlich etwas für dich. NVR-Funktionalität dann eben da drin. Ja, es gibt ja schon so ein bisschen Demosachen. Ja, musst du mal sehen, ob das was für dich ist. By the way, wenn du Probleme mit Home Assistant bisher gehabt hast, und es eben Sekunden gedauert hat, vor allen Dingen viele Sekunden gedauert hat, um deinen RTSP-Stream zum Beispiel in deinem Dashboard anzuzeigen. Dann hören wir jetzt mal ganz genau zu. Vielleicht kennst du Fregatte. Fregatte ist eigentlich für AI bekannt. So, dass man Personenerkennung macht, mache ich ja auch. Das Ganze allerdings mit einer Hardware, weil das Ganze ansonsten überfordert wäre. Das heißt, ich habe Google Choral da. Das ist eben eine Hardware-Unterstützung, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es gibt eine neue Version, die ist dann jetzt am Start. Die 0.12. Und die hat, ja, etwas eingebaut, wo ich sagen muss, Hut ab. Absolut genial, denn seitdem ich das gerade nutze, das zeige ich dir jetzt mal hier, funktioniert das wirklich wunderbar und ist auch schnell. Warum? Naja, GoToRTC ist da jetzt eingebaut. Und das konntest du vorher auch natürlich in Home Assistant so implementieren. Aber bei mir hat das trotzdem nie so 100% geklappt gehabt. Ist immer nicht so schnell gewesen. Und gefühlt ist es jetzt in Fregatte noch mal schneller. Warum auch immer. Ja, das Ding hat dann auf jeden Fall dadurch, jetzt wirklich super viele Formate, die dann eingebunden werden können. Web RTC, RTC für Realtime-Kommunikation, Realtime. Und das ist natürlich jetzt kein Realtime, aber wirklich schon mal nahe dran. Vielleicht löst das wirklich deine Problematik, zumindest zum Streamen, wenn du da auf dem Dashboard etwas streamen möchtest. Also, schau es dir sehr, sehr gerne an. Wenn du natürlich nur einen normalen Prozessor hast, kannst du natürlich keine AI-Funktionalität benutzen. Das ist in den meisten Fällen dann definitiv ein No-Go. Auch nicht hier mit so einem Rustby. Der ist dann definitiv überfordert. Aber zumindest Streamen dürfte ohne Probleme funktionieren. Und dürfte bei dem einen oder anderen so einiges an Ärger ersparen. Bei Homematic habe ich ja auch in letzter Zeit immer so oft gemotzt gehabt. Und jetzt geben sie Vollgas. Vielleicht haben sie mich ja gehört. Ja, DALI-Schnittstelle. DALI ist ja bekannt, was Leuchtmittel betrifft. Da gab es ja die Unterstützung dazu. Dann gab es ja das für die LED-Stripes, was ja neu war. Und das, was jetzt gekommen ist, das haut mich wirklich vom Sockel. Denn, du weißt, ich gucke immer neidvoll auf KNX und Clas-Taster. Und genau sowas hat jetzt Homematic IP am Start. Aber leider nicht direkt Homematic IP, sondern die Wired-Variante. Sehr, sehr schade. Also natürlich auch wieder nichts für mich. Wenn denn die nicht Wired kommen würde, dann könnte ich vielleicht mir sogar überlegen, da mal wieder das ein oder andere im Haus damit auszustatten. Denn ich stehe, wie gesagt, da drauf. Und es ist auch wirklich cool. Du kannst mit dem normalen dann ja fünf Seiten swipen. Es gibt noch die Pro-Variante. Dann nochmal mehr. Kannst viele, viele Dinge damit steuern. Und dann sieht wirklich cool aus. Leider Gottes hat wohl der Truck, der jetzt in Hamburg-Bergedorf ist, das glaube ich hier stehen soll. Am Freitag hat das neue Zeug nicht am Start. Also werde ich wahrscheinlich dann doch nicht hinfahren. Ja, sehr, sehr schade. Hättet ihr das da, dann hätte ich euch definitiv besucht. So, naja. Das alte Zeug mag ich jetzt nicht unbedingt sehen. Sorry. So, Bosch hat auch was Neues. Den Raumthermostat 2, den es dann am Start hat, sieht soweit ganz okay aus. Wenn du Bosch hast, gab auch für den Controller 1 ein neues Update. Also es ist auch so, dass da noch was kommt. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Obwohl es ja eigentlich auch da schon den neuen Controller gibt. Nächste News, ja hier, was SmartThings betrifft. Die bieten ja schon auch was einiges an, was Meta betrifft und Dread als Funkprotokoll. Aber die haben ja noch ganz andere Sachen. Denn die sind ja im Moment mitten in der Umstellung seit letztem Jahr. Schaust du mal hier. Ja, du siehst hier einfach die nächsten Steps mit Groovy. Ja, das ist ja entsprechend die Umstellung eben auf die neuen Lua Edge Driver, wie du hier siehst. Das heißt, es werden ja wirklich alle Treiber entsprechend umgestellt. Das ist ja wirklich ein ziemlich großes Unterfangen. Und es gibt für so einiges im Moment immer noch nicht die Treiber. Ist ja so, dass die Community ja selber auch Treiber entwickelt. Auch das geht entsprechend voran. Und du siehst hier halt die Optionen, die es entsprechend gibt. Ja, wait for SmartThings to migrate bei ZigBee oder Z-Wave. Um eben die neuesten Lua Edge Treiber zu haben. Ja, dann beginnt der neue Prozess eben. Und das ist wichtig am 15. April 2023. Das heißt ja, wenn du es gerade schaust heute, ist das nicht mehr so arg lange. So, dann remove your device als zweite Möglichkeit. Uninstall your community created Treiber entsprechend. Und re-add. Das ist dann auch eine Möglichkeit. Ja, also ist natürlich nur ein bisschen blöd. Wenn du das machst und du dann eben den alten nicht mehr nutzen kannst. Also ich hoffe, dass das dann nach wie vor funktionieren würde. Weil ansonsten hättest du Pech gehabt. Also würde ich mich das trauen? Bin mir gar nicht so sicher im Moment. Da würde ich wahrscheinlich erst mal hier Google benutzen und suchen, ob es das entsprechend schon gibt. Also das sind auf jeden Fall die Optionen. Ich will das jetzt hier nicht großartig weiter ausbreiten. Aber da passiert auf jeden Fall auch was. Und wie gesagt, der 15. April ist eben da der nächste Termin. Stromsparen steht ja vor allen Dingen auch in aller Munde. Ja, und AVM will da wohl jetzt auch mitspielen. Denn diverse Fritzboxen bekommen was? Stromsparfunktionen. Haben sie jetzt ausgerollt. Und bin mal gespannt auf die nächsten Kommentare, ob das dann tatsächlich so funktionieren wird. Was denn da genau eingespart wird. Denn ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Ja, wenn du WLAN brauchst, was du da dann entsprechend großartig einsparen möchtest. Sendeleistung runterfahren ist ja eigentlich dann auch Quatsch etc. Naja, ich bin einfach mal gespannt, wenn die ersten ihren Kommentar dazu ablassen. Eufy hat eine neue Kamera, eine Walllight Cam. Und das ist das, was ich eigentlich mag, wenn du mehrere Sachen miteinander verbindest. Zum einen nehme ich ein Licht und ja, ein Bewegungsmelder entsprechend hast du meistens dann draußen bei deinem Haus oder so. Aber dann eben eine Kamera zu haben, die das Ganze noch macht, die dann entsprechend auch einen großen Winkel hat. Das ist doch wirklich eine coole Sache. Gab es vor ein paar Jahren, glaube ich mal, auch von Blaupunkt zum Beispiel. Da war auch ein schönes Licht mit bei. Das heißt, ja, du hast dann schön alles ausleuchten können. Die Kamera hat dann auch in der Nacht alles gesehen. Also ich mag auf jeden Fall sowas. Gibt es dann da jetzt entsprechend auch. GUBI kennst du vielleicht. Ja, wenn du eben was günstigeres als Philips Hue suchst. GUBI nutzt ja Wi-Fi und kein Zigbee. Und deswegen ist das Ganze natürlich ein bisschen günstiger. Zum Beispiel nicht nur. Denn Philips ist ja wirklich ein bisschen Hardcore am Start, was die Preise betrifft. Und da gibt es was Neues. Die ganze Zeit hatte ich ja auch mal hier. Ist es ja so gewesen, wenn du deinen Fernseher mit Ambilight ausstatten wolltest, dass du so eine hässliche Kamera oben oder unten installiert hattest, die eben entsprechend das Bild dann da aufgenommen hatten. Das heißt, die Farben davon und das Ganze natürlich umgerechnet hatten an die LED-Stripes weitergereicht hatten. Gab natürlich eine leichte Verzögerung, hat aber den Vorteil, die Quelle, die HDMI-Quelle war egal. Jetzt ist es so, dass GUBI aber tatsächlich ja da was Neues rausgebracht hat. Schaust du einfach mal hier. Und das ist eine Gaming-Sync-Box. So ein Kit, das gibt es jetzt wie gesagt bei Amazon, dann entsprechend auch schon zum Kaufen. Und da sind sie abgekehrt von der Kamera. Ja, wie gut das funktioniert. Keine Ahnung, wollte ich hier nur schon mal kundgetan haben. So, und jetzt noch was Schlechtes. Die HomeConnect Plus App. Ja, die ist zum Mitte des Jahres aufgekündigt. 1.7. ist komplett Feierabend. Wenn du das nicht kennst, das ist die App, wo du wirklich viele verschiedene Dinge, was Home betrifft, einbinden konntest. Das heißt, egal ob es Philips Hue war, ob es Zombie war, das glaube ich sogar auch mit drin. Also so einiges an Standards, die du da eben mit reinbringen konntest und das miteinander verknüpfen konntest. Also ähnlich wie das ein Smart Home System macht, wie Home Assistant, IO Broker etc. Natürlich in wesentlich geringerem Umfang. Das Ding ist dann jetzt weg vom Fenster. Aber nicht verwechseln mit der Nicht-Plus-Variante. Die gibt es weiterhin. Das ist ja dieses Konsortium weißer Ware mit Bosch etc. da drin. Das wird es weiterhin geben im Smart Home Sektor. Also keine Sorge, wenn du solche Geräte hast. Die App wird es weiterhin geben und funktional bleiben. Ja, warum wurde das gemacht? Schnöder Mammon, klaro. Es wird im Moment überall eingespart. Es gibt Entlassungen. Es wird sich neu ausgerichtet. Es wird geguckt, wo man entsprechend sparen kann. Ganz, ganz übel im Moment und auch was Smart Home betrifft. Ich bin mal gespannt, wie lange da noch die Innovationen es gibt dieses Jahr. Wahrscheinlich wird dieses Jahr schon noch so einiges kommen, weil es vorausgeplant war. Aber ich sehe so langsam ein bisschen schwarz. Eigentlich war ja wirklich Vollgas mit Matter, soll alles besser werden und und und. Das haut richtig rein. Und ich kann wirklich nur die Däumchen drücken, muss ich wirklich mal so sagen, dass das zumindest mal noch so halbwegs durchgezogen wird. Schreib mal sehr gerne unten rein, was du zu dem Ganzen sagst. Wird das Auswirkungen auch auf Smart Home haben, das Ganze, die Entlassungswelle. Ich will jetzt nicht schon Rezession sagen. Das Wort ist, ja, hart dafür. Aber ist schon hart, muss ich sagen. Also da passiert gerade so einiges. Das da, ja, da war die Welt noch in Ordnung, denn du siehst was, du siehst hier die Shellys von Alterco und du siehst hier so ein Sonoff. Aber Sonoff hat zurückgeschlagen, denn Sonoff hat ja den Mini dann jetzt im Portfolio und der ist um einiges kleiner. Allerdings muss ich auch sagen, was ich glaube, das war noch nicht mal 10 Ampere, waren das nur 8 Ampere, was das Ding kann, reicht ja auch für normale Leuchtmittel. Wobei, welche Lasten muss man ja auch immer noch aufpassen, muss man immer im Hinterkopf haben. Deswegen sage ich immer, ja, frag auf jeden Fall den Elektriker deines Vertrauens, denn es ist halt irgendwie immer was anderes, wenn du keine Ahnung, ob du Leuchtstoffröhren hast, ob du ganz normale LED-Leuchtmittel hast, ja, ob du ohmsche Lasten hast und so weiter und so fort. Also es ist wirklich unterschiedlich, was man dann entsprechend auch tun muss. Und das ist dann auch wirklich ein Problem. Und da ist es eigentlich auch dann meistens egal, ob es 8 Ampere sind oder 16 Ampere. Gut, wenn du natürlich eine Steckdose haben willst, da soll es eigentlich 16 Ampere sein. Denn, ja, ich sag mal, der Besuch könnte auch kommen und, keine Ahnung, irgendwas da dranhängen und weiß halt nicht, dass das Ding dann nur mit 8 Ampere entsprechend funktionieren soll. Also, das ist eigentlich auch so nicht dann zugelassen. Nichtsdestotrotz, der Fiederhandschuh wurde hingeworfen und jetzt wohl auch angenommen. Ja, das macht mir so ein bisschen Angst, denn ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass die noch arg viel kleiner werden. Und ich finde die so absolut okay. Denn irgendwann ist es einfach so, dass du auch den Abstand nicht mehr einhalten kannst. Denn immerhin ist hier ein ESP32 drin und du hast hier trotzdem noch 230 Volt. Das heißt, du hast einmal die Niederkleinspannung und dann ganz normal. Also, von dem her, und das muss auch getrennt sein. Und das ist sehr kleiner, das wird es, desto problematischer wird das. Und dann kann es auch Überschläge geben oder was auch immer. Also, ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen zwiegespallen, das alles noch viel kleiner zu machen. Die passen wunderbar in die Dosen. Da ist für mich eigentlich alles cool. Naja, schauen wir einfach mal, was da passieren wird. Sie fühlen sich auf jeden Fall herausgefordert. Und vielleicht ist sie auch so, dass der neue Chip entsprechend viel kleiner wird. Denn jetzt kommt die nächste Hammer-News. Sie sind eine Kooperation eingegangen. Schaust du einfach mal hier. Und da wird es auf jeden Fall einen neuen Chip geben. Mit mehr RAM, dass da auch in Zukunft man mehr scripten kann und was auch immer. Aber auf jeden Fall, Altergo, ja, geht was das betrifft, glaube ich schon den richtigen Weg. Ich weiß nur nicht, wie es denn ausschauen wird, was dann den Preis betrifft. Wobei ja, auch die Firma Altergo macht mittlerweile doch ordentlich Stückzahlen. Also denke ich mal, wird es da auch mit dem Preis einigermaßen hinkommen. So, das soll es eigentlich gewesen sein. Heute Abend gibt es ja tatsächlich den Start der Beta von Home Assistant. Das heißt, ab 19 Uhr bin ich da auch schon wieder live entsprechend mit meinen Kollegen bei Home Assistant Talk mit dabei. Wird schon so die ersten News erfahren, was eben so bei der Beta so geht. Das heißt, bist du entsprechend dabei im Discord. Da packe ich immer so die ein oder andere Sache direkt realtime rein. Dann erfährst du wirklich so das Neueste davon. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Gib mir sehr gerne ein Däumchen, wenn es dir gefallen hat. Und lass ein Abo und die Glocke da. Denn es gibt jede Menge in Zukunft, was es an Reviews gibt. Und ich sage vielen Dank. Macht's gut. Bis dann. Vielen Dank.